Kathi, wir haben uns ja hier heute zusammengefunden über das Thema Haarverlängerung, Haarverdichtung und vor allem in dem Fall von Daniela Bukowicz, mit der wir jetzt dieses wunderbare Umstyling haben, über eine Haarveränderung spricht, die Veränderung zu sprechen. Was gibt es denn da so zu beachten? Also Daniela war ja nun blond und der Aufhänger unseres Shootings ist ja hier, als wir gesagt haben, sie will wieder ein Brownie sein, weil Karamellbraun ist ja jetzt in. Wie habt ihr das gemacht? Ja, grundsätzlich haben wir erstmal die Haarfarbe, also ihre eigene Haarfarbe verändert, sind eben wieder ein bisschen dunkler gegangen. Schwierig ist natürlich immer, wenn die Struktur mal so hell war und so ausgeglichen, dann hält halt oft ein frisches Pigment, hält halt am Anfang sehr, sehr schwierig. Das ist Haarporösisch. Genau, genau, richtig. Und deswegen haben wir mit Quickies gearbeitet, das sind die hier von Hairdreams. Und mit diesen Quickies kann man halt super schnell die Farbe einfach insgesamt, jetzt mal abgesehen von der Länge und von der Fülle, auch insgesamt von der Farbe sehr viel besser angleichen. Um das besser zu verstehen, heißt das, wir haben die Farbe ungefähr pikantiert, aber dann mit diesen Quickies, was wir hier, glaube ich, mal zeigen müssen, das sind ja wie so Haarpartien an einem Tesafilm, wenn man es mal für den Laien sagt. Eine Haarstreife. Und die klebst du ein in den verschiedenen Farbstattierungen und so gewinnen wir einen Farbverlauf. Genau, richtig. Coole Sache. Wie lange hält so was? Das kann man circa zwischen sechs bis acht Wochen tragen und dann kann man es aber zweimal wieder hochsetzen. Also man kommt auf eine Tragezeit circa von vier bis sechs Monaten. Also wie wir jetzt gesehen haben und auch in den Bildern nachher sehen, an den Bewegten, ist es ja bei Daniela wahnsinnig satzvoll, gesund. Das Haar wirkt auch in sich gesünder. Das ist richtig. Genau, richtig. Weil wir haben halt wirklich hier eine super, super schöne Haarqualität. Also wir hätten es halt wirklich die Diamanten unter den Echthaaren, sage ich jetzt mal. Und ich meine, Daniela hat natürlich schon auch sehr gute Haare, ja, ohne Zweifel. Aber jetzt mit dieser Farbgeschichte kann man einfach die Haarqualität durch diese Pingis super schön rüberbringen. Also gerade auf den Fotos auch, dass sie schön glänzen, dass sie geschmeidig aussehen. Also mich hat das fasziniert, also zu dem Make-up, das ich gemacht habe, hattest du in wirklich kürzester Zeit ein tolles Haarstudio. Und es ist ja selten bei einem Haar, was eine Länge hat, sagen wir mal hier, dass die Spitzen unten noch dicht sind. Genau. Das heißt, diesen Look kriegst du eigentlich sowieso nur mit der klassischen Haarverdichtung oder Verlängerung hin. Und da ist das aber eine schnelle Variante, auch eine, die nicht diese Bondings oben hat. Das heißt, wenn man es noch nie hatte, zum Eingewöhnen, glaube ich, auch eine gar nicht so schlechte Sache, oder? Also mal so ein Dampf hinzuführen an eine Haarverlängerung, Haarverdichtung. Genau, also Quickies, wie der Name schon sagt, geht halt sehr schnell. Es ist jetzt sicherlich nicht die dauerhafte Lösung für eine klassische Haarverlängerung. Man kann, also es gibt ja jetzt ein neues System, das nennt sich Nano, Nano-Technologie und hat halt auch diesen super schönen Haarfall, weil das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil bei den Quickies, dass eben durch diese Haarstreifen eben einfach ein sehr natürliches Ergebnis erzielt werden kann. Und das kann man mit diesem Nano eben auch jetzt. Also quasi, wir können zusammenfassen, mit den Quickies geht es nicht nur schnell, wir können eine Haarfarbe auch zurückführen zur Natur. Wir können uns in der Haarfarbe verändern, weil wir in verschiedenen Farbschattierungen arbeiten. Und wir haben in Nullkommanix einen glamourösen Look, das ist das, was wir erzählen wollten. Jetzt gucken wir uns das auch gleich mal an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.